willkommen zu einem kleinen video über den landwirtschaftssimulator 2017 genauer die frage hier was mache ich mit den eiern aus dem hühnerstall im landwirtschaftssimulator 2017 zuallererst sammle ich diese natürlich ein bisher dabei in der linken oberen ecke immer plus 1 ich nehme mal vier mit und steige ins auto so um das ganze mal kurz zu rekapitulieren wir oder ich beziehungsweise spiele hier auf der karte sowas gar hier sieht man den hühnerstall und wir müssen hier in diese stadt hinein also wie gesagt gerade um die ecke das geht auch relativ schnell beim fahren wenn ich gerade irgendwo dagegen fahren da vorne sieht man auch schon wieder die ersten häuser schon sind wir auch vorbei am ortsschild und wenn wir dann hier so gerade auf dieser straße bleiben sehen wir hier auf der linken seite ein haus mit einem großen blauen schild und davor eine henne die auf einem ei steht wenn wir jetzt hier auf diese plattform drauf gehen macht skatsching und wir haben unsere eier verkauft das sehen wir daran dass wir in der rechten oberen eckere plus 34 euro in klammer sonstiges haben stehen haben das war's so sollte euch das video gefallen haben oder auch nicht zeigt mir mit euren daumen natürlich freue ich mich auch über kommentare am liebsten positive gut negative wenn es konstruktive kritik ist natürlich auch erwünschenswert ansonsten wünsche ich euch noch gutes gelingen beim feld bestellen